So, meine Damen und Herren, erst mal ganz großes Kompliment für Ihr Durchhaltevermögen. Sie sind wirklich tapfer. Sie sind vermutlich keine Berliner, weil das Berliner Publikum, wenn die einen Gong hören, dann denken sie, ach, da ist ja noch eine halbe Stunde Zeit. Aus anderen Teilen der Republik die Menschen, die denken, oh, Gong, jetzt geht es bestimmt gleich los. Vielen Dank dafür. Ja, diese drei Herren werden jetzt mal einen Teil der Energiewende beleuchten. Der vielleicht ein bisschen kurz kommt. Viele von Ihnen sind Ingenieure, sind Zahlenmenschen, sind Projektmenschen, sind Verfahrensmenschen, sind Excelmenschen. Das ist auch schön. Der deutsche Ingenieur ist ja in der ganzen Welt geehrt und geachtet. Deswegen denken ja auch alle, wenn die die Energiewende hinkriegen, dann versuchen wir es vielleicht auch mal. Der Chinese, der Russe, der Amerikaner guckt sich einem großen Vergnügen an, was wir hier treiben. Es gibt einen anderen Aspekt und der dreht sich eher um, ich sage mal, die geisteswissenschaftliche Dimension der Energiewende. Wie kriegt man eigentlich den Bürger so mitgenommen? Ich erzähle Ihnen kurz eine Geschichte aus meiner Familie. Es muss Mitte der 70er Jahre gewesen sein. Mein Vater, ein treuer Bundesbahnbeamter, hatte eine Bildungsreise nach Lingen gemacht. Lingen im Emsland. Dort stand ein Atomkraftwerk und er kam zurück und erzählte uns am Abendbrottisch der Familie völlig begeistert. Also als ob er Gott begegnet wäre. Wir werden nie wieder ein Stromproblem haben. Strom wird praktisch umsonst sein. Und das qualmt auch gar nicht. Also das ist so eine Wundermaschine, da kommt ohne Ende kostenloser Strom raus. Teile dieser Ankündigung von damals haben sich bewahrheitet, andere nicht so. Aber was damals das Denken war und dafür steht diese Geschichte, ein großes Vertrauen in Technik, in technische Lösungen. Wenn man sich heute den Typus Wutbürger so anguckt, vielleicht ein bisschen skeptischer das Ganze. Ich habe drei Herren hier streng durchquotiert, mit denen wir, wie heißt es, die Energiewende zwischen Kostendiskussion und gesellschaftlicher Akzeptanz, darüber wollen wir reden und zwar mit einem Genossenschaftsvertreter, einem Soziologen und, ich will nämlich Unrecht tun, einem Zukunftsforscher. Christian Bräunig, wir beide sind die einzigen Nicht-Professoren auf diesem Podium. Sie sind Vorsitzender des Vorstands der EGO. Das finde ich einen extrem originellen Namen für eine Genossenschaft, weil sie eigentlich das Gegenteil sind. Die EGO ist die Energiegenossenschaft Odenwald und sie machen nicht nur Energie, sondern inzwischen regionale, bürgergetragene Projekte. Kann ich als schöne Berger hier in Berlin Mitglied Ihrer Genossenschaft der EGO werden? Das geht voll Leid an. Selbstverständlich können Sie Mitglied bei unserer Energiegenossenschaft Odenwald werden, aber ich möchte nochmal auf Ihre Bemerkung bezüglich der EGO zurückkommen. Ich glaube, dass es primär ein Problem der Energiewende darstellt, dass sich jeder selbst darum kümmern muss, weil im Grunde genommen die wesentlichen Faktoren oder die Strategie und die Stimmung nicht bei den Leuten ankommt. Und deswegen machen wir das vor Ort selbst. Also Sie nehmen das, was die Politik immer sagt hier in Berlin, den Bürgern mitnehmen? Das Problem ist, dass ein Stück weit viel über Themen diskutiert wird, aber letzten Endes nichts Greifbares bei den Bürgern, wenn Sie es jetzt so direkt ansprechen, ankommt. Die Leute müssen es fühlen, die Leute müssen es sehen und sie müssen das spüren und nicht nur über ihre Stromrechnung, sondern sie müssen vor Ort sehen, dass es für sie einen Nutzen trägt. Und diesbezüglich auch, um Ihre Frage zu beantworten, wurde die Energiegenossenschaft Odenwald vor fünf Jahren gegründet mit der klaren Aussage, die PS auf die Straße zu bringen und den Leuten vor Ort zu zeigen, dass sie sich beteiligen können. Aber Ihr Strom ist auch nicht billiger, oder? Doch, zumindest ein einiges Cent günstiger wie die des regionalen Energieversorgers, weil wir über die genossenschaftlichen Möglichkeiten gemeinsam Strom günstiger einkaufen können und vermarkten können. Und Ihre Frage noch, selbstverständlich können Sie Mitglied bei uns werden, wenn Sie Ihr Geld in die Region, in den Odenwald investieren, werden wir schon was Sinnvolles finden, was wir damit anfangen können. Eine der ganz großen Wachstumsregionen in Europa, der Odenwald. Sie haben sicherlich so ein paar Formulare dabei, die wir dann nach der Veranstaltung, also können Sie alle nochmal, man kriegt ja nichts mehr für sein Geld. Also in der Fußballersprache würde man sagen, Sie liefern mir permanent Querpässe in den 16er, die ich nur verwandeln muss. Genau das ist nämlich das Problem. Wir sind eine sehr strukturschwache Region und müssen uns um Probleme regional selbst kümmern. Und da ist eine Facette die Energiewende, aber die andere Facette die infrastrukturelle Entwicklung, um die wir uns auch kümmern und das Thema Versorgung. Wir machen mal ganz schnell ein Spiel. In welchem Bundesland liegt der Odenwald? Ja, ich hörte jetzt einmal Hessen. Jemand noch ein anderes Angebot? Baden-Württemberg haben wir auch noch. Stimmt beides, ne? Und ein Stück weit Bayern. Also der Odenwald ist ländergrenzend übergreifend. Also Sie haben Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. Wow. Jetzt haben wir auch noch eine Bildungslücke geschlossen. So, wir kommen in eine zweite Boom-Region der Republik, nach Leipzig. Professor Dr. Matthias Groß, Leitung des Departments, heißt das, Stadt- und Umweltsoziologie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und am Institut für Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Also Sie haben ganz viel gemacht. Erneuerbare Energiesysteme, Schwerpunkt Geothermie, industrielle Kontamination. Aber mein Lieblingsthema ist eigentlich experimentelles Nichtwissen. Das ist mir als Journalist extrem vertraut. Nur was ist das genau? Also Sie haben da sogar ein Buch drüber geschrieben. Also experimentelles Nichtwissen, Umweltinnovationen und die Grenzen sozial-ökologischer Resilienz. Das passt vielleicht ganz gut zu dem Panel hier, weil oft gesagt wird, man müsste der Öffentlichkeit viel deutlicher machen, wo die Grenzen von Technologien sind und Transparenz und Beteiligung und so weiter. Und ich sage halt eben, es gibt keine sichere Technologie. Es gibt immer Risiken. Es gibt immer Risiken. Und man muss sozusagen die Anreize für ein Verständnis der Energiewende an anderen Stellen ansetzen. Und experimentelles Nichtwissen ist ein Begriff, den ich so ein bisschen in den Raum geworfen habe, um darauf hinzuweisen, dass man eben häufig Dinge nicht weiß. In der Wissenschaft allemal. Und dass es einfach ein großes Experiment ist, auch die Energiewende möglicherweise, nicht nur eine Metapher, die mit unvermeidbaren Unsicherheiten verbunden ist, aber gleichzeitig die Angst davor genommen werden muss. Also den Leuten jetzt nicht noch die letzte Schraube der Energiewende erklären zu wollen und ganz offen zu sagen, wir fahren jetzt mal raus auf hohe See und gucken mal, wo wir ankommen. Naja, es wird erwartet von der Öffentlichkeit, dass die Wissenschaft, Techniker, Ingenieure sozusagen Sicherheit schaffen. Wir machen eine Energiewende und das ist eine sichere Sache. Und das ist eine Hoffnung, die an die Wissenschaft gestellt wird, die in meinem Verständnis vollkommen überhöht ist. Und auch immer wieder enttäuscht wird. Enttäuscht werden muss, wenn man damit herangeht. Aber es gibt eben andere Anreize. Energieunabhängigkeit. Wir haben heute eben in der Sitzung zu Energieeffizienz eben auch das Wohlfühlen als Thema angesprochen, das sehr wichtig ist. Und das ist möglicherweise eine Grundlage für eine Kommunikationsstrategie, die nicht auf diese wissenschaftliche Sicherheit setzt. Ob es nur Fracking ist, ein heikstes Thema oder Windräder. Es gibt keine sichere Technologie. Das ist sozusagen der Hintergrund. Aber das ist ein sehr akademisches Buch, was ich hier nicht empfehlen möchte. Aber trotzdem danke, dass Sie darauf hingewiesen haben. Aber wir dürfen es trotzdem gerne kaufen. Also wir müssen es ja nicht lesen. Aber ich finde, es macht sich im Regal einfach. Es macht sich im Regal wahnsinnig gut. Also zwischen Sloterdijk und was verstehe ich sonst noch nicht? Gut. Alles Schwarzer oder so. Danke. Gut. Professor Dr. Daniel Barm. Sie sind ein echter Europäer. Sie sind gebürtiger Schweizer. Sie haben fast drei Jahrzehnte in Berlin zugebracht. In der guten Zeit. Anfang der 80er. Als David Bowie hier noch zugange war. Sie haben an jeder Berliner Universität jetzt waren Sie unterwegs. Jetzt sind Sie in Klagenfurt. Zwischendrin waren Sie mal in Harvard und in Bielefeld. Also die beiden großen globalen Universitäten. Ihr Thema ist unter anderem Innovation, geistige Eigentumsrechte, Sicherheits- und Risikoregulierung, Ethik, Akzeptanzpolitik, Gestaltung. Und das fand ich spannend von soziotechnischen Zukunften. Zum ersten Mal, dass ich das Wort Zukunft im Plural höre. Zukunften. Und das machen Sie an der Alpen Adria Universität in Klagenfurt. Können Sie das mit den soziotechnischen Zukunften einmal erklären? Ja, ich kann es versuchen. Sprechen Sie langsam. Ja, Sie haben ja auch meine Schweizer Herkunft. Ich bin allerdings in Deutschland oder in Berlin natürlich ziemlich beschleunigt worden. Ja, die Zukunft, das spricht sich im Englischen sehr leicht. Im Deutschen ist es allerdings unüblich, im Plural zu sprechen. Das hat einfach damit zu tun, dass es ja einer Illusion wäre, dass dann, wenn wir über Zukunft nachdenken, als könnte man da von einer Zukunft sprechen, die es einmal geben wird, die wir vielleicht mit ganz ausgefeilten Methoden jetzt auch schon erkennen können. Weil das, denke ich, ist ja nicht der Fall. Sondern auch, und der Energiebereich ist ja einer, wo das schon lange demonstriert wurde, einer, wo man darüber nachdenken muss, was sind mögliche Szenarien von Zukunft. Also insofern verschiedene Zukunfte. Und diese Zukunfte gilt es nicht nur vielleicht zu erkennen, vorwegzunehmen, sondern sie werden eben auch gemacht. Und wenn man von soziotechnischen Zukunften spricht, geht es einfach darum, dass, und ich denke, dass die Energiewende ist ein sehr schönes Beispiel, dass die Zukunft, in der wir leben werden, genauso wie unsere Gegenwart, wir leben ja in einer technologischen Kultur, in einer durch Wissenschaft und Technik geprägten Zivilisation, wird sowohl durch technische als auch durch soziale, also gesellschaftlich im weitesten Sinne Faktoren bestimmt werden. Und wenn wir auch über Energiewende nachdenken oder versuchen, sie zu machen, zu gestalten, dann sind da natürlich einerseits technische Innovationen von ganz großer Bedeutung. Zugleich geht es aber auch darum, brauchen wir neue Institutionen, brauchen wir auch neue Umgangsweisen, neue Gewohnheiten. Und insofern geht es einfach darum, wie in der Zukunft, wie aber auch in der Gegenwart und auf dem Weg dorthin technische und soziale Innovationen miteinander verbunden werden. Würden Sie sagen, dass die Debatte in Deutschland, die Sie natürlich von Klagenfurt aus wahrscheinlich verfolgen, ist die zu techniklastig? Sind wir zu wenig psychologisch, soziologisch akzeptanzorientiert unterwegs? Ich weiß nicht, ob sie zu techniklastig ist. Also ich war ja bis Ende letzten Jahres an der RWTH Aachen tätig und habe es dort auch wirklich auch genossen, mit Ingenieuren zusammenzuarbeiten und auch wirklich mit sehr kreativen, visionären Energieforschen und hatte auch vieles mit dem VDI zu tun in der Zeit. Also ich denke, es muss, gerade wenn es darum geht, eine Energiewende zu machen, da kommen ohne gute Ingenieurstechnik nicht aus. Aber die haben wir ja. Na gut, aber die wird auch gemacht. Also die ist ja noch nicht fertig und vieles. Gleichzeitig ist aber natürlich das Spannende, dass gerade jetzt mit der Energiewende auch die Fragen von Politik, von soziokulturellen Faktoren neu an Bedeutung gewonnen haben. Und man merkt auch, und das sieht man zum Teil auch an den Instituten oder auch an den Institutionen, die jetzt mit Energiepolitik befasst sind, dass es nicht mehr ausreicht, kompetent zu sein in Energietechnik oder in Energiewirtschaft, sondern dass gerade auch die politischen Fragen eine neue Brisanz gewonnen haben. Zum Beispiel bezüglich Regulierung. Also wie macht man denn wirklich diesen Prozess auch des Umsteuerns? Oder auch Fragen natürlich der Marktgestaltung? Ja, also insofern sind eben diese politischen, gesellschaftlichen, kulturellen Fragen gerade im Energiebereich neu auf die Agenda gekommen. Und das macht die Energieforschung, Energiepolitik auch zu einem interessanten Feld, denke ich, der interdisziplinären Zusammenarbeit. Herr Braunigmann hat den Eindruck, die Politik verzweifelt so ein bisschen am Bürger, weil der legt sich ja immer quer. Also wenn man mit Politikern dann mal offen redet, sobald die Mikrofone abgeschaltet sind, dann sagen die ja, die wollen natürlich alle ökologisch, aber um Gottes Willen, wenn die Hochspannungsleitung durch meinen Garten durchgeht. Das ist so ein bisschen auch wie mit den Flüchtlingsheimen. Natürlich muss man den armen Menschen helfen, aber vielleicht nicht unbedingt in meinem Stadtviertel. Wie kriegen Sie die Akzeptanz im Odenwald hin? Wie nehmen Sie die Bürger mit? Also im Grunde genommen muss man versuchen, die Bürger aktiv sich beteiligen zu lassen. Und das Ganze funktioniert über mehrere Ansätze. Zum einen A, über den finanziellen Ansatz. Ich sage mal, wie wir gegründet wurden vor fünf Jahren, war es sehr, sehr attraktiv, Bürgerphotovoltaikanlagen zu bauen mit sehr hohen Renditen. Aktuell ist das Ganze ja über die EEG-Änderung abgeflacht, sodass man sich weitere oder neue Geschäftsfelder suchen muss. Und die Leute müssen ganz einfach spüren, dass auch mit ihrem Geld und Kapital was passiert. Und vor allem, dass es sinnvoll investiert wird. Also Rendite. Und regional. Genau. Rendite ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir sind hier ja nicht im Sozialdilemma, dass man sagen würde, ich lege das Geld an und ist mir egal, ob es verzinst wird oder nicht. Sondern im Grunde genommen muss das Ganze auch ein Stück weit durch Wachstum untermalt sein. Aber diese regionale Beteiligung, mein Geld in Projekten regional anzulegen, wo ich weiß, dass es auch direkt in der Region ankommt. Und das war für uns in der Startphase ein sehr, sehr großer Erfolgsfaktor in dem Bereich. Also ein Windrad, was ich sehe und ich weiß, da gehört jedenfalls mal so ein Stück vom Flügel gehört mir. Dem habe ich gegenüber eine ganz andere Sympathie als so ein Windrad, was meinetwegen einem großen Energieversorger gehört. Windrad ist jetzt natürlich ein ganz schlechtes Beispiel. Ja, Sie wollten doch nicht jeden Pass in den Strafraum. Also wir haben angefangen mit Photovoltaikanlagen, Bauen, Kindergärten. Wir haben ein schönes Landratsamt gebaut, haben auch immer die Baukosten eingehalten. Also Sie sind aber auch echt so die Guten, ne? Ja, ja. Das versuche ich ja auch hier zu transportieren. Und wenn Sie dann aber das allererste Mal bei einer Veranstaltung, wo das Ganze sehr, sehr regional geprägt ist und kommen in eine Veranstaltung rein und wollen ein Konzept präsentieren und sind sowas von überzeugt, dass es wirtschaftlich sinnvoll, Gewerbesteuer fallen ab, die Bürger können sich daran beteiligen, Sponsoringvereinbarungen für Kindergärten. Und haben dann 200 Leute vor sich, die das aber nicht so toll finden, weil sie nämlich in unmittelbarer Nähe sind, ist der Renditegedanken völlig egal. Und das ist auch ein Punkt, was das Thema Aufklärung betrifft. Da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen. Die Aufklärung der Bürger gerade im Bereich erneuerbare Energien oder Windkraft kommt viel, viel zu kurz. Da können Sie noch mit 10% Rendite winken. Die Leute, die Windräder direkt vor ihrer Haustür haben, werden das nicht immer unbedingt gut finden. Die wollen ihre Energiewende, aber bitte nicht vom eigenen Haus. So, und jetzt geben Sie so einen Forschungsauftrag nach Leipzig zu Professor Groß und sagen, Mann, Sie haben das doch studiert. Wie machen wir den Leuten jetzt das Windrad schmackhaft? Was erzählen wir denen jetzt für eine Geschichte? Also erstmal glaube ich grundsätzlich nicht, dass diese, nicht vor meiner Haustüre, Norde-Mai-Bergjahrt, St. Floriansprinzip, Geschichte immer so aufgeht. Also in vielen Fällen ist es ja so, dass, also die ganze Trassendiskussion hat das ja gezeigt, dass es erst so eine fast bewegungsartige Widerstandsgeschichte gab, als klar wurde, dass durch diese Trassen nicht der gute, saubere Ökostrom aus dem schönen Brandenburg fließen soll, sondern der böse Schmutzstrom. Erst dann wurde es gefühlt als etwas Nahes wahrgenommen. Also die Nähe, 100 Meter ist zu nah, 1000 Meter ist gut. Das sind so Daumenregeln und auf rechtlicher Seite muss man das natürlich durchführen, aber von der soziologischen Warte her ist Raum und Raumkonstruktion und die Wahrnehmung von Nähe von vielen anderen Faktoren abhängig, eben auch zum großen Teil sozialen und kulturellen Faktoren, die durchaus sich dann da äußern können, dass man sagt, dieser Teil vom Windrad, der gehört mir und deswegen stört mich der nachts nicht, die anderen vielleicht schon. So, das wäre sozusagen so ein bisschen flapsig ausgedrückt, diese Geschichte. Deswegen zu sagen, das ist nur so eine Abwehrhaltung und Wutbürger, wenn sie mir den Auftrag geben würden, ich würde nicht mit diesem Konzept arbeiten wollen, weil es ja implizit auch wieder unterstellt, dass die Leute gar keine wirklichen Bedenken haben, was die Windräder angeht, sondern dass es sozusagen nur so ein Verteilungskampf ist. Die stellen sich an. Die stellen sich an und die schlafen nachts sehr gut, die behaupten das nur oder was auch immer. Und deswegen denke ich mir, als Konzept ist es dieses Not-in-my-Berg-Jahr-Geschichte, das sagt man so schnell hin und wenn man von Weitem sich das anguckt, stimmt das auch. Ich würde mir angucken, wovon sozusagen die positiven Aspekte abhängig sind. Und warum es in einem Fall so ist, dass niemand was gegen die Stromtrasse hatte und im anderen Fall eben doch, obwohl die Entfernung gemessen in Metern gleich war. Das wäre zumindest eine Forschungsfrage. Ganz kurze Zwischenfrage. Es gibt also soziokulturelle Unterschiede von Entfernung. Das heißt für einen Menschen, der in Neu-Delhi lebt, der hat einen anderen Entfernungsbegriff als ein Brandenburger. Das ist sicherlich so. Dazu kann ich jetzt aber nichts sagen. Ich würde schon sagen, auch der gemeine Bewohner des Bundeslandes Bayern hat abhängig von den Informationen, die er über irgendeine Technologie hat, ein ganz anderes Nähe- und Fernegefühl. Aber der hat immer andere Gefühle als der Rest der Welt. Also Bayern ist, glaube ich, jetzt ein schlechtes Beispiel. Da liegt der Widerstand, ist irgendwie so habituell. Aber gut, wir haben keine Vorurteile. Aber evidenzbasiert in diesem Fall. Der Odenwälder ist auch so eine Marke. Sind Sie von daher bräunig? Ich bin selbstverständlich gebürtiger. Also, okay, dann bitte ich vielmals um Entschuldigung. Ich bin auch froh, in der Region aufgewachsen zu sein. Und waren Sie überhaupt schon in meinem Odenwald? Ja, in Michelstadt. Oh, da komme ich her. Sehr schön. Da kommen Sie her. Das hat das älteste Rathaus Deutschlands. Genau. Stimmt das? Ja. Ja, ohne Vorbereitung. Da haben Sie geheiratet. Da haben Sie geheiratet. Meine Damen und Herren, wenn das nicht auch mal so kleine Nebeninformationen sind, die so eine Talkrunde einfach unglaublich auflockern. Professor Barben, sehen Sie das ähnlich wie Kollege Groß? Glauben Sie auch, die Leute haben ernste Sorgen? Oder sind das auch viele Mythen? Also, zum Beispiel, wenn da so grüner Strom durch eine Hochspannungsleitung fließt, dann strahlt der vielleicht auch nicht so viel. Als jetzt Atomstrom zum Beispiel. Naja. Also, jetzt schon mal so. Semiwissenschaftliche Anmerkungen. Also, wie viel Mythen, wie viel Wissen steckt dahinter? Ja, also, vielleicht würde ich gerne auf einen anderen Mythos zu sprechen kommen. Also, es sind bestimmt welche drin. Und vielleicht können wir auch auf Paradoxien der Energiewende zu sprechen kommen. Aber ein Punkt, den auch Kollege Groß angesprochen hat, also, würde ich vielleicht noch verstärken und auch sagen, dass diese Figur des NIMBY, dass der auch eigentlich ein Mythos ist. Not in my backyard. Also, ein vereinfachtes Muster, Probleme wahrzunehmen. Wo man quasi, ohne es wirklich untersucht zu haben, halt sagt, ja, das liegt daran, die Leute sind möglicherweise dafür, aber wenn es dann halt zu nahe kommt, sind sie dagegen. Wenn man das empirisch untersucht, merkt man oft, dass das nicht stimmt. Das ist also zum Beispiel auch die Frage, wie weit ist denn dieser Backyard gezogen, können vielleicht selbst die, die da nahe sind, positivere Einstellungen haben als die, die ein Stück weit weiter weg sind. Es gibt ganz unterschiedliche Motivlagen. Es gibt auch zeitliche Dynamiken, dass vielleicht in der Planungsphase oder in der Bauphase mehr Skepsis und Kritik ist, als dann, wenn eine Anlage installiert ist. Und das große Problem, natürlich auch das politische Problem dieses Ausdrucks NIMBY ist, ist, dass er etwas nicht begreift, was er bekämpft. Es ist also kein analytischer Begriff, sondern es ist ein polemischer Begriff. Und er verstärkt eigentlich das Problem, indem man Leuten als Ignoranten eins auf die Birne haut und sie damit natürlich auch verkennt, was sie vielleicht auch motiviert. Und dass es darum, viel eher darum ginge, und das jetzt von einem sozialwissenschaftlichen Forschungsstandpunkt gesprochen, aber das ist ja dann auch für Politik relevant, zu verstehen, was da eigentlich Sache ist und was die Motivlagen sind und was die Leute umtreibt. Also das denke ich, das ist eine der Mythen und auch der wirklich Vereinfachung im Umgang auch mit Problemen, die es vielleicht gibt und auch eine Verstärkung von Problemen. Und vielleicht sind die auch in der Tat ganz anders gelagert. Ich vereinfache nochmal, man hat so ein bisschen den Eindruck, die deutsche Diskussionskultur, egal worum es geht, ob es um Fußball geht, ob es um Energiewende geht, ob es um Russland, Putin, Ukraine geht, endet relativ schnell in Salafisten gegen Hooligans. Also entweder ist man Putin-Versteher oder man ist Putin-Hasser. Entweder man ist Energie-Versteher oder man ist NIMBY. Entweder man ist gegen Bayern oder für Bayern. Hat sich in, also FC Bayern jetzt, hat sich bei uns in der Diskussionskultur eine Verhärtung ergeben oder war das schon immer so? Und Anschlussfrage, könnten eventuell die Medien was damit zu tun haben? Was ich schon mal vorsorglich mit Abscheu und Empörung zurückweise, aber... Ja gut, das wäre nun eine Steilvorlage zu Ihnen selbst gewesen. Also wenn Sie so Gräben jetzt ansprechen, so muss ich sagen, sehe ich das in Bezug auf die Energiewende nicht. Sehen Sie nicht? Nee, ich sehe das nicht. Weil, also ich eigentlich schon noch davon ausgehen würde, dass es eine große Unterstützung gibt für dieses Projekt Energiewende. Und wenn ich jetzt an den Titel der Veranstaltung denke, also Energiewende zwischen Kostendiskussion und gesellschaftliche Akzeptanz, gut muss ich auch sagen, ich verstehe den Titel nicht ganz und wo da das Zwischen ist, weil die Kostendiskussion ist ein Problem, ist eine Diskussion, die mit das Akzeptanzproblem konstituiert bildet. Also der Titel ist so gewählt, um möglichst viele Zuschauer anzulocken und mit Kostenthemen kriegen Sie diesen Saal immer voll, wie Sie sehen. Das ist reines Marketing. Ja, das mag ja sein. Ich denke, es ist wichtig, sich auch nochmal zu vergegenwärtigen, die letzten drei, vier Jahre. Energiewende nach Fukushima. Das war ja auch ein großer Aufbruch und das war insofern ja extrem bemerkenswert, weil im Jahr 2010 im Herbst die dann neu begonnene Regierung ja an der Atomlaufzeitverlängerung gearbeitet hat. Dann kam Fukushima und dann eben diese ja auch für viele überraschende Kehrtwende der Bundeskanzlerin, die Expertise der sogenannten Ethikkommission und als dann wirklich im Konsens gewissermaßen trotz dann Unterschieden im Einzelnen zu sagen, wir haben ein neues, großes gesellschaftliches Projekt, ein Zukunftsprojekt, nämlich diese Republik und Europa und vielleicht auch einiges mehr umzubauen im Hinblick auf erneuerbare Energien, im Hinblick auf ambitionierte klimapolitische Ziele. Und dass sich dabei natürlich vieles ändern muss, ist klar. Das war aber ein Aufbruch. Und wenn ich jetzt zurückdenke an den letzten Wahlkampf, das war dann vornehmlich Kostendiskussion. Da ist die Energiewende zu teuer, können wir uns das leisten, ein halbes Cent mehr an EEG-Zulag oder von mir aus auch drei. Also wo diese, sagen wir mal, jetzt auch zum Teil kleinkarierten Kostendiskussionen ohne wirklich Kontextualisierung geführt würden, wo ich sagen würde, da wurde zum Teil gerade diese große Aufgabe, vor der wir stehen, jetzt als Land, aber ich würde auch sagen, als, also auch darüber hinaus, wurde auch klein geredet und wurde dann plötzlich gefragt, ja, können wir uns die Energiewende leisten oder bringt es zu viele Belastungen, ohne dann wirklich zu sagen, von welchen Kosten reden wir, für wen. Und das sind eigentlich die Vergleichsbezüge. Und da müsste man ja auch dann unterscheiden, also was sind die Preiskomponenten der Kilowattstunde, was heißt das für den einzelnen Bürger, was heißt das für Unternehmen, was heißt das für die Gesellschaft ja und wobei vergleicht man dann jeweils und was wären die Alternativen und von da... Ja, aber genau die gleiche Begeisterung hatte mein Vater in den 70er Jahren, als es um die Kernkraft ging. Er hat auch gesagt, ja, da kommt es auf ein paar Milliarden Subventionen nicht an, das ist ja ein tolles gesellschaftliches Projekt. Und da ist man dann, siehe Fukushima, auch ein bisschen ernüchtert worden. Und ich habe den Eindruck, wo man sagt, oh, mit der Atomkraft haben wir das letzte fett subventionierte gesellschaftliche Energieprojekt jetzt nicht ganz zum Erfolg gebracht, jetzt machen wir mal eine Nummer kleiner. Sehen Sie auch diese gesamtgesellschaftliche Begeisterung für die Energie oder Unterstützung für die Energiewende, Professor Groß? Also wenn man den verschiedensten Umfragen, die methodisch ganz verschieden aufgebaut sind, glauben darf, dann gibt es auf jeden Fall eine breite Unterstützung. Nur wie sie im Detail, das hat der Kollege Baben ja aufgedröselt, umgesetzt wird, da gibt es Widerstand. Aber ich glaube, der Hintergrund ist, dass die Gründe für die Unterstützung der Energiewende, und da widerspreche ich so ein bisschen dem Kollegen, viel tiefer liegen. Sie haben unter anderem auch mit dem großen Umweltbewusstsein in Deutschland zu tun. Da sind wir auch stolz drauf als Umweltbewusstseinsführer. Und das ist Fuß, soweit wir das aus den Befragungen herausfiltern können, auf einem sehr idealisierten Natur- und Ökologieverständnis. Man will sozusagen die Energiewende heranführen, um die bösen fossilen Energieträger da zu lassen, wo sie liegen. Also die deutsche Romantik. Die deutsche Romantik, sehr stark von der Romantik immer noch geprägt. Das unterscheidet uns möglicherweise auch von unseren Nachbarländern. Und deswegen unterstützt man die Energiewende. Das ist sozusagen das Problem. Die Gründe für die Unterstützung der Energiewende haben mit starkem Umweltbewusstsein zu tun, weil man der Natur was Gutes tun will. Und was nicht gesehen wird, ist, dass mit der Energiewende sozusagen grundlegende sozial-strukturelle und strukturelle Umbauten vorgenommen werden müssen. Das heißt, auch unsere geliebte Heimat und unsere supergeliebten Wälder werden ein kleines bisschen und auch ein bisschen mehr verändert. Und das passt einfach nicht zusammen. Das ist sozusagen der Widerspruch, den wir in unseren Untersuchungen immer wieder rausfiltern können. Auf der einen Seite Energiewende super, weil Natur schützen. Auf der anderen Seite ist nicht klar, was damit gemeint ist. Und das ist eben ein Jahrhundertprojekt, was sehr viel verändern wird. Und das ist, glaube ich, möglicherweise nicht so gut rübergekommen, was das bedeutet. Und das bedeutet eben auch, dass man Risiken eingehen muss, die man nicht so gut abschätzen kann. Und das geht nicht so gut runter nach den Erfahrungen mit der Kernenergie, die ja sozusagen auch als die super saubere Energie propagiert wurde und auch so verstanden wurde. Die Enttäuschung ist schon da. Herr Bräunig, die akademischen Meinungen, können Sie die mit gelebtem Leben und Erfahrung unterfüttern? Herr Bräunig, ich kann den ganzen Äußerungen zu 100% zustimmen. Ich denke nur, dass wir hier über einen Bereich diskutieren, weil wir uns alle mit dem Thema, das sagt ja auch der Kongress hier auch, sehr, sehr intensiv befassen. Aber ich denke, aufgrund dessen, dass genau diese Tatsachen bei der Bevölkerung nicht 100% ankommen, das ist genau die Erfahrung, die wir machen. Im Grunde genommen ist das Thema Energiewende keine Sozialromantik, sondern im Grunde genommen ein knallhartes Geschäft auch. Sie müssen Projekte versuchen umzusetzen und es wäre ganz praktisch, wenn die ganzen Projekte sich wirtschaftlich auch tragen. Sonst wird es irgendwann niemand mehr interessieren, dass man sagt, wir haben die Umwelt gerettet, das rechnet sich wirtschaftlich nicht. Ich sehe auch ein Problem ganz einfach da drin. Wenn wir jetzt als Unternehmen oder als Genossenschaft irgendeine Strategie haben, suchen wir auch im Grunde genommen eine Zielsetzung. Wir wollen 100% erneuerbare Energien in der Region oder dementsprechend die Energiewende vorantreiben. Dann brauche ich zumindest eine Strategie, um dieses Ziel zu erreichen. Und ich spüre in unseren Gesprächen auch mit der Bevölkerung, dass genau diese Strategie, wie man überhaupt hinkommt, bei der Bevölkerung nicht ankommt. Und das Einzige, was ankommt, ist das Thema Stromrechnung bei der Bevölkerung in dem Bereich. Und da sehe ich schon einen gewissen Knackpunkt in dem, was man eigentlich will oder denkt zu wissen mit 50.000 verschiedenen Ausarbeitungen, einzelnen Strategien. Aber letzten Endes ein Masterplan in dem Bereich fehlt komplett. Und die erfolgreichen Projekte, die wir sehen bundesweit in Teilbereichen, sind alle oder größtenteils auf Initiativen begründet, die Bürger in die Hand genommen haben. Oder aktive Bürgermeister oder Kommunen mit Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzbriefen, Finanzierungsmöglichkeiten. Die Bereiche, wo richtig viel Geld in die Hand genommen worden ist, möchte ich in zehn Jahren mal sehen, wie die sich wirtschaftlich nachhaltig tragen sollen. Und das ist meines Erachtens nach ein Problem, dass wir ganz woanders stehen, als wir eigentlich denken zu stehen. Weil wir auch mal bei der Bevölkerung nachfragen sollten, was letzten Endes bei der Bevölkerung ankommt. Das sagen Sie ja selber. Es kommt erstens an die Stromrechnung und da sieht man, es wird teurer. Es kommt zweitens an, oh, die Solarzellen, die bauen jetzt die Chinesen. Ja, das war mal eine stolze deutsche Industrie. Jetzt haben Sie in Sachsen-Anhalt und in anderen Landstrichen haben Sie ganz viele Fabriken, die leer stehen. Was gibt es noch an so Bürgerinformationen? Und es werden riesengroße Stromtrassen von Nord nach Süd gebaut, die die Landschaft verschandeln und das tun ja die Windräder schon. Ein ganz wichtiges Thema ist, denke ich, Anreizsysteme zum Thema Gebäudesanierung durchzuführen. Also wir haben über ein Klimaschutzkonzept regional mal geguckt, welche Häuser aus den 60er, 70er Jahren sind. Die sind energetisch im desolaten Zustand. Wenn man die ähnlich wie bei denkmalgeschützten Gebäuden mit gewissen Abschreibungsanreizen hinterlegt, wird das zukünftig, denke ich, ab nächstem Jahr, wo auch so eine Gesetzesänderung geplant sind, einen zusätzlichen regionalen Schub geben. Und dann sind wir wieder genau bei dem Punkt, dass es bei der Bevölkerung letzten Endes ankommt. Aber da ist auch ein Punkt gefragt, eine zentrale Stelle zu haben, wo sich die Leute und die Bevölkerung zu diesen Themen informieren können. Tun die das dann auch? Gut, das ist ja jetzt etwas, wo wiederum die Bürger versuchen, sage ich mal, regional selbst zu organisieren. Wir haben gemeinsam mit dem Odenwaldkreis ein Gebäude, eine alte Brauerei saniert für 20 Millionen Euro, wo die ganzen Bauämter, Immobilienmanagement, Naturschutzbehörden, regionale Architekten, Baufinanzierungsberater alle in einem Gebäude untergebracht sind, wo sich die Leute genau zu diesen Themen regional informieren können. Ansonsten ist letzten Endes jeder sich selbst überlassen. Und das sind so Best-Practice-Beispiele, die einfach, die fehlen mir, weil sich jeder selbst Gedanken über diese Themen machen muss. Und wird das angenommen? Ich meine, dieses One-Stop-Konzept ist ja schön. Ich marschiere in einen Gebäudekomplex rein und habe praktisch die gesamte Palette des Angebots. Nimmt der Odenwälder das an? Ja, im Grunde genommen muss er es ja annehmen. Wenn ich eine Baugenehmigung brauche, muss er bei uns ins Gebäude und durchs Foyer und wird letzten Endes auch durchgeführt. Aber das ist ja auch die Zielsetzung. Man darf nicht nur erwarten, dass irgendwas kommt, sondern man muss auch selbst mal den Karren in diesem Bereich ziehen und muss gucken, ob sich Projekte umsetzen lassen. Und der Odenwaldkreis, um das nochmal anzufügen, ist ein Schutzschirmkreis. Die können selbst nicht mehr investieren, wenn wir dieses Gebäude nicht gemeinsam mit dem Odenwaldkreis errichtet hätten, hätte er aus eigener Kraft gar keine infrastrukturelle Entwicklung in diesem Bereich durchführen können. Und das ist abschließend vielleicht noch genau das, was ich meine. Die Leute müssen das spüren, dass sich etwas gemeinsam umsetzen lässt. Ob das der Bau von Photovoltaikanlagen sind, Windkraftanlagen, Gebäudesanierungskonzepte, regionale Konzepte oder einfach letzten Endes das, was meine beiden Vorredner gesagt haben, mal zusammenzufassen und in Worte zusammenzufügen, die jeder Bürger versteht, um dies dann auch in Veranstaltungen oder in Schulen zu transportieren. Mit wenig Aufwand könnte man hier viel erreichen. Aber das höre ich, glaube ich, schon seitdem ich Journalist bin, dass man jetzt in den Schulen noch mehr Infoblätter auslegen soll und dass man den Menschen was erklären soll. Aber keine Infoblätter, wenn ich kurz einhaken darf, sondern die Jugendlichen aktiv mitnehmen bei Projekten. Ja, mit so einer App. Nein, nicht mit einer App, die aktiv mitarbeiten. Wir bauen Wasserkraftwerke mit einer Grundschule zusammen und dann können die aktiv mitarbeiten und gucken sich an, wie das wirklich funktioniert. Wir machen Veranstaltungen mit Schülern in dem Bereich, wo Public Viewing beispielsweise in dem Bereich, um die Leute Stück für Stück an Themen heranführen zu können oder Jugendlichen. Professor Baben, bin ich ignorant? Ich habe eher das Gefühl, ich bin überinformiert. Also natürlich gehört es zum guten Ton zu sagen, ich will mehr Information. Aber wenn jetzt mein Sohn in seiner vierten Klasse, wenn die jetzt auch noch ein Wasserkraftwerk bauen würden auf dem Schulhof und ich sollte da am besten auch am Wochenende mitmachen, würde ich sagen, oh, ich habe aber Rücken. Also ich müsste vorher noch bei Wikipedia gucken, wie geht Wasserkraftwerk. Also theoretisch habe ich ein großes Informationsbedürfnis. Praktisch bin ich voll bis oben hin. Glauben Sie an diese Vermittlungsstrategien? Wir müssen den Leuten das alles nur erklären, dann kommen Sie schon? Nein. Danke. Weil das ist der Ansatz, der wird schon seit Jahrzehnten praktiziert in verschiedenen Formen und der hat zumindest nicht den erwünschten Effekt gebracht. Also zu Informationen beizutragen ist sicherlich nie falsch. Aber also die Akzeptanzprobleme um Technik, die fingen ja eigentlich richtig an bei der Atomkraft. Und dann war ja auch so eine Annahme, ja, die Leute sind natürlich nicht richtig informiert, also informieren Sie, machen schöne Broschüren, Faltblätter, hat nichts gebracht. Websites, ja. So, und das kann man dann durchspielen auf verschiedene bis zum heutigen Tag. Und das sind ja auch riesige Apparaturen, Agenturen, die das machen, staatlicherseits an Universitäten, im Privatsektor. Okay. Also von daher denke ich, es liegt nicht wirklich an einem Informationsproblem, wobei eben Informationen bereitzustellen, schade, bestimmt nicht. Was natürlich auch potenziell schädlich ist, im Sinne der Wirkung ist, wenn man glaubt, dass man Zustimmung herstellen kann. Also dadurch, dass man Informationen bereitzustellt und dann sollen die Leute eine gute Meinung davon haben. Was ja, weil man immer auch annehmen muss, es gibt Möglichkeiten verschiedener Auffassungen, verschiedene Bewertungen, weil man zum Beispiel in unterschiedlicher Weise davon betroffen ist, sei es regional, durch seinen Beruf, aufgrund seiner Weltanschauung, etc., etc. Und das muss man natürlich auch berücksichtigen. Umgekehrt denke ich schon, also so wie der Herr Bräunig gesagt hat, das natürlich Fragen jetzt der aktiven Beteiligung, die exemplarisch die Relevanz von etwas darstellen, dass es ja vielleicht ganz interessant sein kann. Und dass auch was die Schulen betrifft, dass jetzt Schüler sich schon in einem frühen Alter mit großen Fragen auch auseinandersetzen und fragen, ja okay, was hat der Klimawandel mit mir zu tun, in welcher Weise nutze ich Energie, um da auch ein Bewusstsein zu schaffen, was für Entscheidungen man trifft oder eben auch nicht trifft oder wieso man vielleicht auch an Gewohnheiten festhält, die vielleicht auch nicht unbedingt ökologisch sind. und ja auch die umweltbewussten Deutschen, die Kollege Kroos so gerühmt hat, sind ja auch natürlich Autofahrweltmeister und das Tempolimit ist ähnlich heilig wie in Indianer Crew. Aber wir sind auch Weltmeister in situativer Ethik. Also als Autofahrer haben wir einfach einen ganz anderen moralischen Kanon als als, ich weiß auch nicht, als Familienvater. Das ist so. Ja, sicherlich. Und das ist aber auch nicht verwerflich, weil wir sind ja auch, ich meine, es ist eine Illusion anzunehmen, dass wir einfach kohärent sind, sondern wir können ja auch, also wir operieren in verschiedenen Bereichen und es gibt verschiedene Rationalitäten und es ist eher die Frage, wie kriegt man verschiedene Dinge zusammen? Haben Sie ein Beispiel, wo das gut funktioniert hat mit irgendeiner ganz überraschenden Strategie? Also wo man so irre zum Beispiel, wie die Deutschen dazu gebracht hat, irgendwas, was sie eigentlich ablehnten, dann doch ganz gut zu finden? Also ich sage Ihnen mal ein Beispiel, was mich persönlich sehr überrascht hat. Bis vor, würde man sagen, bis vor ein, zwei Jahren, also wir bringen als gute Ökologen unseren Sohn jeden Morgen mit dem Auto zur Schule. Das ist üblich so bei Helikoptereltern und da will man ja nicht zurückstehen, obwohl inzwischen fährt er auch gelegentlich mal mit der U-Bahn. Bis vor zwei Jahren gab es diesen Wettbewerb, wer hat die dickste Karre? Ja, also welcher Vater fährt mit dem fettesten Auto bei der Schule vor und natürlich war so ein Audi Q7. Also es musste ein SUV sein, er musste über zwei Tonnen wiegen und er musste, wenn man durchdraht, 60 Liter, also auf 100 Kilometer aus dem Auspuff rausblasen. Aus welchen Gründen auch immer, es ist mir nicht klar, warum, wollen die Jungs jetzt allen Tesla, weil, und ich kann mich an keine Marketingstrategie von Tesla erinnern, dass die jetzt groß eine Kampagne gemacht hätten, aber die Tatsache, dass ein schnelles Auto Elektro betrieben, George Clooney hat glaube ich eins, ist jetzt aber auch nicht so der Star bei Jungs um die 10, sondern eher bei Frauen um die 60. Also wie ist dieser Wertewandel passiert? Es ist mir schleierhaft, aber ich finde es ja gut, also Sozialprestige ist ja sicherlich ein starker Anreiz für Verhaltensänderung. Können Sie sich das erklären? Ja, also ich denke, das ist zunächst mal nicht dramatisch, sondern wir leben in einem permanenten Wertewandel. Also wenn wir auch schauen, Sie haben vorhin die 70er oder 70er Jahre erwähnt und wenn wir jetzt zu heute schauen, also da würde ich auch vermuten, dass viele jetzt in diesem Raum, die das entsprechende Alter haben und von den 70er Jahren oder 60er Jahren sprechen können, damals zu vielem eine ganz andere Auffassung gehabt hatten. Und dass das, was jetzt bei der Energiewende auf der Tagesordnung stehen, also in der damaligen Zeit, waren das Technologien von Freaks, Windräder, das waren alternative Dänen und dergleichen und das waren Hippie-Fantasien und heute ist das Mainstream und heute sind das große Industrieprojekte und auch mit der Stolz der deutschen Ingenieurswissenschaften. Also da sieht man zum Beispiel einen großen Wandel oder ich habe in den USA länger gelebt und ist dann plötzlich mit Kühlschränken und Heizsystemen konfrontiert, die man so von gelegentlichen Besuchen in der DDR von dort her kannte. Ich meine das technologisch. Einfach aus Energieschleudern, die man nicht regulieren konnte, wo man einfach den ganzen Winter in New York bei Minus, ich weiß nicht wie viel, gerade einfach das Fenster aufmachen musste, weil es so heiß war. Und man sieht, in Deutschland oder in Asien ist das ganz anders und da hat ein Wandel stattgefunden, auch bis in die Wirtschaft hinein, der getragen ist, also der wirklich eine Vergrünung bedeutete und wo wir natürlich einen Wertewandel hatten, der vielleicht vor 40 Jahren unvorstellbar gewesen wäre und so geht es natürlich auch weiter. Und wenn Sie jetzt diese SUV, das ist ja auch wirklich ein interessantes Beispiel an widersprüchlicher Alltagskultur, klar, also es sind dann eher für mich, sagen wir, auch empirische Forschungsprojekte, wie jetzt unter Kindern, Jugendlichen und wem auch immer solche ja auch Faszinationen durch diese Monster-Technologien zustande kommt und dann aber auch ein Wandel. Und beim Automobil sehen Sie auch ein Wandel, dass es unter vielen Jugendlichen heute nicht mehr das Angesagteste ist, bereits mit 18 einen schicken Golfer oder sonst was zu haben, sondern man ist vielleicht froh, einen zu haben, wenn man ihn braucht, muss aber auch nicht sein, man gibt lieber Geld vielleicht für was anderes. Und das ist ja auch ein massiver Kulturwandel, der natürlich die Automobilindustrie betrifft, wo die natürlich auch umdenken, okay, was heißt das für uns? Und dann eher Konzepte statt der Automobilität, der Bereitstellung von Mobilitätsdienstleistungen und die Frage, wie können wir uns da eben noch drin wiederfinden. Ja, aber insofern ist Wertewandel, der passiert ständig. Es ist ja die Frage, in welche Richtungen, wurde auch angetrieben, ist der kohärent, wo gibt es Bruchpunkte, Widersprüche und die gibt es natürlich. Professor Groß, ist das dann am Ende eine Marketingfrage, dass wir die Energiewende irgendwie schick machen müssen, dass, also wenn Apple jetzt der Treiber der Energiewende wäre, fänden wir es doch alle super, ja? Wenn RWE draufsteht, denkt man sich, naja. Man muss gucken, wie lange das vorhält. Ich bin kein Apple-Romantiker, von daher wäre das schon schlecht. Sind Sie Post-Apple oder noch Prä-Apple? Ich nehme, was das Institut bietet. Ja gut, okay, dann so ein C64. Läuft gut. Ja, okay, alles klar, ist auch schick. Ich meine, die Frage, die Sie gestellt haben, ist natürlich eine wunderbare Frage. Warum mögen meine Jungs diese dicken SUVs nicht mehr? Da haben sich Psychologen und Soziologen die letzten 50 Jahre die Zähne daran ausgebissen, was sind die kulturellen Randbedingungen, das plötzlicherweise in Wertewandel stattfindet. Das kann man situativ, wenn wir jetzt sozusagen Ihre Jungs mal ein paar Monate beobachten dürften, wie sie so ticken und ein bisschen befragen, dann könnten wir da bestimmt Aussagen zu machen. Ich habe die seit Jahren schon beobachtet. Befragt auch. Mir ist das wirklich schreiehaft. Ich habe Sie dann gesagt, es gibt keine Werbung, die sind mit dem Begriff Tesla vielleicht zehnmal in Berührung gekommen. Wir fahren keinen. Wo kommt das her? Erzählen Sie sich das auf dem Schulhof? Da waren wir nicht dabei. Okay, ja, gebe ich zu. Also der Punkt ist einfach, dass die Hybrid-Autos in den USA viel, viel früher in den Ballungszentren, wo man eher liberal bis links orientiert war, Ost- und Westküste, dass das Statussymbole waren. Obwohl die Besitzer von Hybrid-Fahrzeugen Hippies und Spinner waren. Aber es hatte immer schon so eine Distinktionsstrategie, die dahinter steckte, auch von dem Marketing her wahrscheinlich. Das schadet in jedem Falle nicht. Aber vorhersehen, sehr, sehr schwierig. Deswegen experimentelles Nichtwissen. Man muss es eben ausprobieren. Und wenn es nicht klappt, dann muss man was anderes ausprobieren. Wie ist das bei der Ego, Herr Bräunig? Welche Rolle spielt Sozialprestige? Ist es schick, bei der Ego Genossenschafter zu sein? Sind Sie die Hippies des Odenwaldes, die jetzt mal so vorweg gehen, die coolen Jungs? Oder sind das eher so die vernünftigen Bürger, so Sparkassenkunden? Das ist eine ganz schwierige Frage. Dazu muss man vielleicht wissen, dass ich ursprünglich aus einem sehr, sehr unattraktiven Berufsfeld gekommen bin. Ich war 15 Jahre lang Banker. Zwar Genossenschaftsbanker, aber ich sage mal, vor vier, fünf Jahren, wie das ganze Thema mit der Finanzkrise in dem Bereich losging, war es nicht immer so positiv angesehen, sage ich mal. Zu meiner Zeit, wie ich angefangen habe zu lernen, hat jeder gesagt, super, kannst du nichts falsch machen. Meine Mutter auch gesagt. Und wenn da heute jemand fragt, geht bloß nur auf eine Bank. Geht gar nicht. Auf Ihre Frage zurückzukommen. Wir haben einfach eine Notsituation gehabt in dem Bereich. Es fehlte eine Plattform, auf der sich Angebot und Nachfrage treffen. Es gab viele Leute, die Dachflächen zur Verfügung stellen wollten oder ihr Kapital investieren wollten oder Leute, die sich daran beteiligen wollten. Aber es ist keine Gruppendynamik entstanden. Und über die genossenschaftliche Rechtsform haben wir einfach geguckt, was lässt sich wirtschaftlich umsetzen? Wo kann man Ökonomie und Ökologie ausgleichend gestalten? Das heißt, wir machen auch nur etwas, was sich wirtschaftlich tragen lässt, sodass hier so ein Hype entstanden ist. Und wir haben mit unseren Mitgliedern viertjährlich Mitgliederkonferenzen, die praktisch ihre Ideen einbringen können. Es ist natürlich auch vieles dabei, wo man sagt, schöne Idee, überlegen wir uns in fünf Jahren mal. Aber die besten Ideen sind aus diesen Konferenzen heraus entstanden. Und so kann man die Leute letzten Endes mitnehmen. Das, was ich anfänglich auch gesagt hatte, nicht mit Flyern, das gehört natürlich dazu oder Informationskampagnen, sondern man muss die Energiewende regional leben lassen. Die Leute müssen es angreifen können, müssen es sehen, dass was passiert. Und dann kann man die Leute oder die Bevölkerung mitnehmen, sodass, wenn Sie den Begriff Hippie erwähnen, wir schon vielleicht teilweise Hippies in dem Bereich sind. Aber letzten Endes sagt man bei uns, die Hoftorbilanz muss stimmen. Das heißt, was habe ich letzten Endes nach einer gewissen Zeit an Erfolgen erzielt? Und solange das passt, werden wir da auch auf unserem Weg bestätigt. Also treffen sich drei Odenwälder beim Weinfest. Sagt der eine, ich bin bei der Genossenschaft, bei ihrer, bei der Ego. Was sagen die anderen? Hallo, einer von diesen grünen Spinnern? Oder ey, der ist aber schlau, da hast du dein Geld gut angelegt. Also ist der im sozialen Ranking oben oder eher so, naja, mal gucken. Ich denke, dass es relativ ausgewogen ist. Ich sage mal, ein Erfolgsfaktor, denke ich, ist... Es hört doch keiner zu von Ihren Mitbürgern. Sie können offen reden. Ich rede offen. Nein, ich denke schon, dass es gesellschaftlich akzeptiert ist, zumal wir regelmäßig Sportvereine und so weiter sponsern, um auch bei Windkraft ein Stück weit das Ganze mildern zu können. So hat es bei den Energieversorgern auch angefangen, bei den Großen. Die haben auch jeden Quatsch gesponsert. Du bist darauf hin, dass unser Geld, was wir verdienen, in einen Topf geht und die Investitionen nur regional erfolgen und Sie, wenn Sie Mitglied sind, Ihren prozentualen Anteil kriegen. Und wenn wir eine Generalversammlung haben, mittlerweile haben wir knapp 3000 Mitglieder, dann kommen die Mitglieder und stimmen ab. Und dann haben Sie die gleiche Stimmanzahl mit 100 Euro Mitgliedschaft wie jemand, der 100.000 Euro angelegt hat. Und das ist, denke ich, auch ein Stück weit Demokratie und ein Erfolgsfaktor. Macht natürlich für jemanden, der vorne dran steht und den Karren zieht, nicht immer alles so einfach, weil jeder mitreden darf. Man will ja auch immer für sich ein Stück weit haben, dass man nach außen hin dokumentieren kann, es darf jeder mitreden, jeder stimmt das Ganze mit ab. Aber manchmal wäre es natürlich auch ganz praktisch, wenn ich das Ding einfach durchziehen könnte. Und das ist letzten Endes eine Gratwanderung, von der Sie sprechen, wo wir jetzt auch ein vielleicht nicht immer attraktives Thema wie Windkraft angefasst haben, doch auch ein Stück weit Gegenwind gespürt haben. Aber ich denke, die Kunst liegt darin, auch Projekte mal anzugreifen, die nicht immer super populär sind, aber die eine Region oder eine Firma letzten Endes auch voranbringen. Professor Barben, was können wir von dem genossenschaftlichen Modell lernen? Die Leute partizipieren jetzt einfach mal finanziell. Das ist ja schon mal gut. Sie dürfen mitreden, ob Sie das immer tun oder nicht. Egal, aber Sie haben die Möglichkeit. Und es gibt ja auch dann noch, was vielleicht nicht zu unterschätzen ist, so ein regionales Gemeinschaftsgefühl, so wir. Ist das so eine Art Modell für die Energiewende? Kann man das übersetzen in größere Zusammenhänge oder funktioniert das nur im Odenwald? Ich denke schon, dass das ein interessanter Ansatz ist, der auch im Prinzip verallgemeinerbar ist. Nicht zuletzt aus dem Grund, weil die Energiewende ja auch eine starke Dezentralisierung des Energiesystems mit sich bringen wird. Eine stärkere Regionalisierung, was ja nicht heißt, dass es nicht auch weiterhin zentralisierte Großkraftwerke geben wird. Sei es die Offshore-Wingkraftanlagen oder Solarthermieanlagen im Süden. Aber insgesamt wird die Dezentralisierung ein Ergebnis der Energiewende sein. Und da ist es natürlich auch eine Möglichkeit, sich in Form von Energiegenossenschaften zum Beispiel zu beteiligen. Es ist aber, glaube ich, auch nicht das Allheilmittel, weil zum Beispiel, oder es muss nicht immer funktionieren, was den Netzausbau betrifft, hat ja auch Tenet in Schleswig-Holstein 2010 versucht, eine Anleihe aufzulegen. Und damals hat ja auch der Umweltminister Altmaier vorgeschlagen, dass man den Netzausbau quasi mit zu Bürgeranleihen mitfinanziert und eine Renditeversprechung von 5 Prozent hat. Im Fall von Tenet hat es nicht funktioniert, die Nachfrage einfach zu gering und die haben das dann, wenn ich jetzt richtig informiert bin, eingestellt. Also es muss nicht funktionieren, aber es kann. Und ich denke, gerade so im regionalen, kommunalen Kontext wird es ja auch eine neue Form der Eigentümerschaft und auch der Kooperation als Akteur in einem differenzierten Verbund von Produktion und Nutzung von Energie. Das heißt aber, den Bräunig, den kenne ich, der wohnt in Michelstadt, da hat er sogar geheiratet, dem vertraue ich, das ist einer von uns. Tenet, das sind so, naja, nichts gegen Holländer, solange sie im Halbfinale ausscheiden, aber die sind halt weit weg und die kennt man nicht und das ist so ein großer Laden. Also dieses Vertrauen spielt dann schon auch eine Rolle. Hätten Sie Tenet-Anleihen gekauft? Sie als Banker jetzt mal? Nein, hätte ich nicht. Warum nicht? Fünf Prozent ist ein Wort. Das ist ähnlich zu vergleichen wie mit, ich hoffe, ich trete niemanden auf die Füße, mit Procon. Oh. Jemand, der langfristig acht oder fünf Prozent Rendite bei solchen Projekten verspricht, wo soll es denn herkommen? Wenn eine regionale Bank oder eine deutsche Bank oder eine Commerzbank zwei Prozent gibt oder anderthalb, muss man sich doch mal die Frage stellen, wo das Delta herkommen soll. Deswegen habe ich ja auch mit Leuten, die diese Anteile oder Anleihen dann gezeichnet haben, muss man nicht unbedingt immer Mitleid haben, weil sie darauf hingewiesen wurden von vielerlei Aspekten, dass das Ganze sich wirtschaftlich langfristig nicht tragen wird. Aber auf Ihre Frage zurückkommen zu wollen, natürlich ist es für uns regional wesentlich einfacher. Wenn jetzt ein Großprojektierer ein Projekt machen will, ob das jetzt Windkraftanlagen sind oder eine Bauträgergeschichte, wo ein Landratsamt, eine Grundschule oder ein Schwimmbad gebaut wird. Wenn wir mit dem genossenschaftlichen Modell kommen und sagen, ihr müsst nicht europaweit ausschreiben, lasst das Ganze über uns euch darstellen. Wir bauen das, geben euch eine Baukostengarantie und ich verspreche dir, ich nehme nur regionale Handwerker und die Bürger können sich daran beteiligen mit speziellen Anteilszeichnungen. Ist es so, dass natürlich der strategische Vorteil vorhanden ist und wir kommen auch aus der Region, wir kennen die Mandatsträger. Wir haben jetzt noch keinen Wettbewerb verloren die letzten fünf Jahre in so einem Großprojekt. Professor Groß, Sie nicken anerkennend. Ist das Genossenschaftsmodell übertragbar? Übertragbar auf andere Regionen? Idealerweise auf die deutsche Energiewende? Also ich würde denken, da steckt eine Menge Hoffnung drin. Ich sehe auch nicht, warum es nicht übertragbar ist. Der Punkt ist ja, wir beginnen ja erst langsam zu verstehen, was für Dynamiken dahinterstehen. Und wenn ich mir die Forschung in den Sozialwissenschaften, Umweltsozialwissenschaften angucke, es gibt glaube ich mehr Forscher, die sich mit Genossenschaften befassen als Mitglieder momentan. Also wir müssen erst mal gucken. Also schon ein sexy Thema. Es ist absolut sexy und ich verstehe auch die Begeisterung, die Herr Bräunen hier transportiert. Und ich denke auch, es ist auf viele, viele Regionen übertragbar. Ich habe Ihre Frage jetzt ein bisschen so verstärkt, ob es irgendwie auf ein nationales Level übertragbar ist. Da hätte ich so vom Bauchgefühl her erst mal Bedenken, die wir wahrscheinlich alle haben. Also es ist ein Vor-Ort-Instrument. Die Vor-Ort-Instrument, die Dezentralisierung, die Vertrauensbildung, die ja extrem wichtig ist. Also auch wenn was schiefläuft, dann ist es halt eben so. Dann weiß man, okay, beim nächsten Mal müssen wir es anders machen. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Von daher würde ich denken, auf der regionalen Ebene super. Darüber hinaus würde ich Bedenken äußern wollen. Ich versuche das Thema, wie Sie merken, schon seit einer Weile rauszuhalten. Aber irgendwie bin ich genötigt worden, es anzusprechen, weil ich halt auch zu diesem Schlawinerhaufen gehöre, Medien. Welche Rolle spielen die, Professor Barben? Ich meine, wir sind ja dann auch immer so Skandalisierer, Hysterisierer. Wir sagen, alles immer nur teuer und problematisch. Natürlich haben wir eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, die wir auch gerne wahrnehmen. Aber die Auflage muss ja auch stimmen. Haben Sie das Gefühl, dass die Medien da eine verhängnisvolle, manchmal vielleicht auch sinnvolle Rolle, vielleicht als Treiber spielen? Oder möchten Sie dazu nichts sagen? Nein, also ich finde es jetzt ein bisschen zu billig, einfach so eine allgemeine Medienschelte aufzuziehen. Und ich habe eher mich zurückgelehnt und versucht, nachzudenken. Also die Medien sind ja ein Stück weit auch immer ein Spiegel der gesellschaftlichen Diskussion. Und wenn ich mich vorhin etwas beklagt habe darüber, dass vor ein, zwei Jahren die Energiewende doch merklich ein bisschen eingeengt wurde auf Fragen der Kosten, dann haben natürlich die Medien auch insofern einen Anteil, als sie dann das in der Weise auch reproduzieren. Und wenn sie dann nicht dagegenhalten und vielleicht auch die größeren Fragen und andere Stimmen zu Wort kommen lassen. Andere Stimmen gab es natürlich gleichwohl. Und man sieht da auch natürlich in gewissen Massen auch die Widersprüchlichkeit des Meinungsbildes. Aber die Medien können jetzt ja auch nicht toller sein als die öffentliche Debatte insgesamt. Also von daher denke ich, ist es ein Stück weit zu billig jetzt da auf die Medien. Okay, Herr Bräunig, wollten Sie auf die Medien einprügeln? Möchte ich eigentlich nicht direkt. Ich denke, das kommt immer darauf an, aus welcher Sichtweise man das Ganze sieht. Also ist die Odenwälder Zeitung oder... Nein, das möchte ich damit nicht sagen. Stehen die in einem Weg oder sind die hilfreich? Das kommt darauf an, zu welchem Thema. Gut. Wenn Sie... Ich muss dieses Thema Windkraft wieder ansprechen, aber wenn hier Mandatsträger sind aus anderen Regionen, werden die das Thema kennen. Das wird nun mal nicht von jedem geliebt und wir sind nun mal in einem Zeitalter, im Moment, wo es populär ist, auf andere zu zeigen, wenn Fehler gemacht werden oder wenn irgendwas Unpopuläres gemacht wird, dann stehen die nächsten Wahlen an. Dann schimpft man auf solche Themen vielleicht. Das ist ein Stück weit, bremst das Ganze aus. Ich würde mir eine Versachlichung bei vielen emotionalen Themen in diesem Bereich wünschen, aber es gehört zu einer Demokratie dazu, sich auch mit Kritik auseinanderzusetzen und nur wenn man, sage ich mal, die äußert oder annimmt, kann man sich stückweise auch verbessern. Also ich möchte jetzt da keinen Rundumschlag auf die Medien machen, auf den einen oder anderen Redakteur vielleicht. Können Sie Namen nennen? Den kennen Sie aber nicht, nein. Aber ansonsten ist alles gut. Haben Sie das Gefühl, dass Medienvertreter interessiert sind? Können Sie denen komplexere Zusammenhänge erklären und finden die dann auch Niederschlag in der Berichterstattung? Oder geht es, ich sage mal immer, um den Klassiker Strompreis steigt? Primär geht es um den Klassiker Strompreis steigt oder Wind weht nicht oder Infraschall oder sonstige Dinge. Infraschall. Bei Windkraftanlagen, was man gern hervorzieht, aber das Problem ist ganz einfach, wenn Sie ein komplexes Thema erklären oder auch einen Schriftsatz hinsenden, fehlen meistens die Punkte, die das Ganze erläutern. Und das ganze Thema wird unter Umständen bei manchen Bereichen noch weiter aufgebaut. Aber ich denke, das gehört dazu. Da muss man sich mit auseinandersetzen. Jeder, der eine Firma hat, hat auch immer Gegenwind. Und so ist es auch bei einer Genossenschaft in einigen Punkten. Das macht so ein bisschen den Eindruck, Professor, groß, als wäre jetzt so die öffentliche oder die veröffentlichte Meinung, naja, sind halt so wie immer, aber jetzt keine Game Changer, wie man bei uns in Medien... Was ist die veröffentlichte Meinung? Naja, also jetzt hier die regionale Zeitung zum Beispiel, die meckert halt rum, wenn der Strompreis steigt. Und das ist deren konstruktiver Beitrag zur Energiewende. Das kennt man so, das macht aber auch nichts. Oder haben Sie das Gefühl, dass die Medien vielleicht auch noch irgendeine Rolle gesamtgesellschaftlich bei der Energiewende zukommt, die sie vielleicht nicht ganz ausfüllt? Okay, ja, das in jedem Falle. Ich meine, dass Journalisten sozusagen eine Message verkaufen müssen und auch, was die Auflagenstärke angeht, schwarz-weiß argumentieren müssen. Das ist ihr Job. Das muss man einfach klar haben. Was manchmal ein bisschen anstrengend ist, gerade als Sozialwissenschaftler, aber natürlich auch als Ingenieur, ist, dass man sozusagen mit einem Medienvertreter spricht, der macht ein Interview und man merkt schon beim zweiten Satz, der weiß eigentlich schon, was er schreiben will. Diese Erfahrungen machen aber nicht nur wir, das ist sozusagen eine ganz normale Geschichte. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, gut, wir können es ja mal ausprobieren. Das ist manchmal ein bisschen schade, aber auch da gewöhnt man sich in gewisser Weise dran. Das ist jetzt kein schöner Ausblick, aber das ist, glaube ich, gerade wenn es um Energiethemen oder Klimathemen, heikle Themen geht, erlebt man das schon manchmal. Also es sind keine Verbündeten, aber jetzt auch keine, die alles kaputt machen. Es ist wie Wetter, kommen halt. Also bei denen, wo man glaubt, dass sie Verbündete sind, kann man auch überrascht werden, ja. Gut, okay, schön, dass wir dieses Thema erledigt haben. Professor Barben, Ihr Handy klingelt, Angela Merkel ist dran und sagt, Mann, 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 oder Sigmar Gabriel oder beide, weil es ist ja eine große Koalition und die sind total eng befreundet und die sagen, Mann, wir kriegen diese Energiewende, wir kriegen sie nicht so richtig voran an allen Ecken und Enden und der Bürger und ach, was sollen wir tun? Wir brauchen jetzt den Barben-Plan. Ich glaube, so ein Anruf wäre wahrscheinlich unwahrscheinlich, weil ich habe jetzt nicht den Ruf eines großen Sozialingenieurs. Aber lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Was würden Sie der Politik raten, einfach jetzt so weitermachen mit dem experimentellen Nichtwissen und einfach nur Augen zu und durch und hoffen, dass es irgendwann funktioniert? Oder gibt es Punkte, wo Sie sagen, Mann, da könnte man jetzt aber wirklich mal ein bisschen mehr drauf gucken? Ja, also ich glaube, was schon ein Problem ist, auch wenn man jetzt auf die Regierungspolitik schaut, dass die Energiewende ein Stück weit zu, also man kriegt manchmal den Eindruck, zu einem normalen Geschäft geworden ist und Teil des politischen Klein-Klein. Und daran haben natürlich alle Parteien eine Schuld, weil so lief irgendwie der Wahlkampf, wo es auch zum Beispiel Fragen hat von Lastenverteilung und was ist jetzt genau gerecht und so. Das sind natürlich wichtige Fragen, das will ich jetzt auch nicht so, aber was schon aus dem Blick geriet natürlich, die sind einfach die großen Fragen jetzt auch der Zukunftsgestaltung Deutschlands und das kann man nicht aussitzen. Und es ist auch zu einfach und dann kommt man nämlich in so eine Akzeptanzdiskussion, wo man dann hat einerseits Regierung, Industrie, vielleicht auch Wissenschaft und Forschung und andererseits die Bevölkerung, die dann anfängt, sich nicht mehr zu interessieren oder zu nörgeln oder auch findet ja irgendwie diese 20 Euro mehr im Jahr für die Stromrechnung oder 200 oder so, das ist sehr substanziell. Das ist dann der Effekt. Und ich denke, das ist ein Problem. Und es reflektiert eigentlich das, was verloren ging seit 2011, Fukushima, dem Aufbruch, auch der großen Konsensbildung im Jahr, ja wirklich auch daran zu arbeiten an Foren der Verständigung, was auf dem Spiel steht, wie das in Zukunft ausschauen könnte. Also, dass man auch wirklich weiß oder sich vergegenwärtigt, wie könnte das ausschauen, was bringt das auch für Probleme mit sich. Weil dass die Energiewende jetzt nicht einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, das ist absolut klar, sondern da gibt es natürlich auch Verlierer und auch solche, die es überhaupt nicht erwartet hätten, zum Beispiel die großen Energiekonzerne. Es gibt nicht intendierte, vorweggenommene Nebenfolgen, wie die, dass plötzlich die Kommunen im Ruhrgebiet darunter leiden, dass der Aktienkurs von RWE im Keller ist. Oder dass unser CO2-Ausstoß so hoch ist, wie lange nicht mehr. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Das sind harte Konflikte. Und die Frage, wie wird das in Zukunft wirklich funktionieren, ist ja auch vieles, was man unter einen Hut bringen muss. Also, Versorgungssicherheit, Umweltverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit, ja und auch die soziale Gestaltung, sodass man sagen kann, ja, es gibt nicht sozusagen diejenigen, die, also, sagen wir, Ungerechtigkeiten, die nicht akzeptabel sind. Also, von daher sind das schon große, schwierige Fragen und die Verständigung darüber zu führen und auch Beteiligungen zu schaffen, da gibt es, glaube ich, schon einen Mangel. Und das ist aber ein Stück weit, und das kann ich jetzt aus der Distanz als Schweizer sagen, das reflektiert natürlich ein Stück weit auch die Formen dieser Demokratie. Und insofern bin ich immer wieder auch beeindruckt dessen, was direkte Demokratie zu leisten vermag. Auch gerade im Hinblick auf Langfristprojekte, Großprojekte, schwierige Projekte, wo auch Volksentscheider wichtige Motivationen bringen können. Das ist jetzt, klar, das sind Unterschiede, die muss man zur Kenntnis nehmen. Und da gibt es jetzt auch keinen anderen Import. Und es gibt ja gute Gründe, dass das politische System so ist, wie es ist. Und auch der Föderalismus hat da manchmal so seine Vor- und Nachteile. Aber Sie lassen durchblicken, so eine Volksabstimmung und dann eine, ich sage mal, auch Selbstvergewisserung, wo man hin will, wäre hilfreich. Ja, und sich zu fragen, also was sind die Ziele und was sind auch die Gestaltungsmöglichkeiten. Weil es gibt nicht einen vorweggenommenen, ich glaube auch einen Masterplan, das ist eine Illusion. Das kann es auch gar nicht geben. Die Energiewende ist zu komplex, die ist auch regional zu fragmentiert, die ist technologisch zu komplex. Also ein Masterplan, das wäre eine Illusion. Ich glaube, man sollte nicht sagen, die fehlt und dann sagen die Regierungen, die es vorwerfen, dass sie keinen hat. Ich glaube, es wäre nicht gut, so einhaben zu wollen, weil es würde wahrscheinlich sowieso nicht funktionieren. Prof. Groß, das große gesellschaftliche Narrativ, was man braucht, die große Geschichte, funktioniert eigentlich immer ganz gut, wenn man einen Feind hat. Also damals Apollo funktionierte, also die Mondlandung funktionierte deswegen so gut, weil die Russen oder die Sowjets, wie es damals hieß, den ersten Satelliten und mit Yuri Gagarin den ersten Menschen im All hatten. Und Kennedy hat dann irgendwann gesagt, um Gottes Willen, jetzt müssen wir auch mal sehen, dass wir einen da hochkriegen. Oder Fußball-Weltmeisterschaft, kriegt ja auch so ein Land zusammen, funktioniert halt auch immer wir gegen die. Braucht die Energiewende so eine, ich sage mal, so eine sportliche Komponente, so eine Wettbewerbskomponente gegen die Chinesen, jetzt wo sie uns schon die Solarzellen geklaut haben? Weil es ist jetzt ein bisschen spekulativ, aber wie kann so ein Narrativ aussehen? Ich glaube nicht, dass man das planen kann. Das entsteht. Das kann zumindest nicht schaden, wenn man sagt, okay, ein wichtiger Aspekt bei der Energiewende wäre unsere nationale Energieunabhängigkeit. Da hat man bestimmte Feindbilder im Osten oder auf sonst wo. Der Scheich, der Russe. Richtig. Und deswegen müssen wir die Risiken regional oder national eben auch eingehen und bestimmte Techniken einfach mal ausprobieren. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, Autonomie ist eine schöne Erzählung. Wissen die Schweizer? Das weiß ich nicht. Aber gerade die positiven Aspekte durch die Energieunabhängigkeit, die werden in jedem Falle auch durch die Medien, glaube ich, relativ wenig kommuniziert. Das könnte man zum Beispiel stärken. Ist das Thema Unabhängigkeit zum Beispiel im Odenwald so, wir brauchen die großen Energieversorger nicht mehr, wir machen unseren Strom selber. Ist das was, was die Leute über die Stromrechnung hinaus motiviert? Das ist im Grunde genommen eine Grundlage aller Entscheidungen. Wenn Sie ein Team mitreisen wollen, ob das bei Fußball oder wie auch immer. Sie müssen nicht immer die besten Spieler, das beste Stadion, den besten Rasen haben. Wenn das Team in sich funktioniert und alle an einem Strang ziehen, kann man gewisse Dinge erreichen. Und man merkt schon, dass eine gewisse Gruppendynamik auch regional oder in Städten und Gemeinden entstehen kann. Aus einer Notsituation vielleicht heraus zu sagen, hör zu, wir greifen das jetzt gemeinsam an, obwohl uns das Ganze niemand zutraut und jeder sagt, das funktioniert nicht. Kann man versuchen, Step by Step da zum Ziel zu kommen, wenn gewisse Rahmenbedingungen auch vorgegeben sind. Und diese Rahmenbedingungen es einem auch zulassen, selbst agieren zu können. Und wenn man nicht über die Gesetzgebung zu arg eingeschränkt ist in manchen Bereichen. Also Autonomie dann auch in einem weiteren und auch durchaus praktischen Sinne. So, meine Damen und Herren, Sie sehen, wir haben das Thema Energiewende doch ganz locker gelöst mit diesen drei Herren. Jetzt wissen Sie, wie es geht. Vielen Dank, Christian Bräunig, ein Banker, aus dem noch was Anständiges geworden ist, Vorstandsvorsitzender der EGO. Schön, dass Sie dabei waren, Professor Matthias Groß aus Leipzig und Professor Daniel Baben aus Klagenfurt. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.